moin moin ihr lieben und ein herzliches willkommen zu minecraft 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 ist falsch minecraft geht sowas an an ok zu minecraft zu einem kleinen texture pack das namen ich schon wieder vergessen habe das war das tci classic refinerate ihr wird auf jeden fall in der infobox titel et cetera sehen und wir haben auch ich habe es gemacht ja auf jeden Fall jetzt sagen was bist du denn für einer warum machst du das fang noch von vorne an ich glaube wir haben automatische spring an oder ja das möchte ich natürlich ausgeschaltet haben da bin ich kein fan von ja das nenne ich mal fortschritt es ist ein technik mod und wir sind im sumpf gelandet das ist natürlich auch schön es ist ein reines technik mod ich dachte ich wage mich mal an technik mod ich bin auch voll begeistert davon nein natürlich wird sicherlich spaß machen das alte habe ich aus dem kunden wow nicht mehr weitergemacht weil ich schon ich glaube es ist jetzt über ein jahr das ist nicht mehr spieler und das rentiert sicher nicht deswegen wird das ein kurzes projekt was nicht zu lang wird und oh mein gott ist das geil ich finde ich finde es egal es sieht wunderschön also ich habe man das erstmal ausgemacht wir haben übrigens was zu essen kaki apfel und treetap in austria ok wir haben hier viele mats drauf in der strager ich doch haben es ist diesmal nicht drauf wir spielen ohne palms oh 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 premiere sieht nämlich auch mit können wir alles gebrauchen nein ich habe keine körner es ist schön hier doch sehr schön die frage ist wo wir uns diesmal hin brauchen ja das weiß ich noch nicht hier ist zum beispiel ganz nett zum wasser meine katze schon wieder draußen am außen das sieht echt schön aus guck mal so schön das modpack ist cool so haben mehr können bauen das ist auch cool also ich möchte auch hier eher bleiben wegen diesen wundervollen gelben blumen die sind wirklich wunderschön aus was haben wir haferflocken haferflocken oh ähm entschuldigung war nicht mit absicht oh das wird ein spaß wieder das wird ein spaß oh gott oh gott da haben wir wald da haben wir berg wir können uns auch auf den berg bauen aber ich finde das da hinten schön ich weiß nicht ob wir hunger jetzt gerade verlieren weil ich auch friedlich gemacht habe es kann sein dass wir hier nicht den hungermod drauf haben gibt ja den mod aber wir haben ja wieder forestry wo ich mich noch nie mit befasst habe ich keine ahnung gehabt wofür man den mod braucht es gibt auch irgendwie noch so ein schmetterlings mod i don't know dann sind pferde hier haben wir eine schlucht wenn ich das richtig schaffe hallo eine schlucht ist das ungefähr hier hier geht das maus oder können wir sogar runter kommen also eine schlucht wo wir runter kommen ist sehr gut kühe tatsächlich haben wir ein plätzchen also ich werde da hinten bauen auf jeden fall ich gucke mich hier noch ein bisschen um ein plätzchen von zuheimen wir haben eine steinspitzhacke das heißt wir können wir können theoretisch schon was abbauen meine katze trägt sah völlig aus die kleine ich weiß auch nicht was die hat ich habe übrigens keine musik an ich hoffe das ist laut genug ich weiß es nämlich nicht also das heißt ihr werdet sehr viel michern muss ich mal eben gucken ja nö es ist laut genug ja das ist laut genug okay weil ich habe immer mal rum geguckt und ich bin ganz ehrlich ich habe keine lust jedes nie unten in der beschreibung zu verlinken ich meine ich kann es nachvollziehen dass man das natürlich möchte aber ja wir haben übrigens eine hülle gefunden oder auch nicht aber eisen so nur mal ein bisschen hier ich habe minecraft musik an die kommt immer wieder mal immer wieder mal dazwischen vor von daher denke ich marble das ist cool wir könnten mit marble arbeiten aber ich glaube ich werde ich nicht mit Eiche arbeiten wir umso plenty ist hier auch drauf mhm ok die sind geräusche die kenne ich nicht keine ahnung oh super ich komme hier nicht raus ich habe keine ahnung was für geräusche mhm ja geier haben wir auch das ist auch gut das ist da hinten Öl jo das ist Öl ach das ist ja cool man hört wie man durchs gra... ach das ist ein schöner matt mit Geräuschen warte mal ja das ist ja nice das ist cool man hört wie man durchs Gras läuft oder durch Blumen in dem Fall sind es Blumen mhm da 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 ja wir haben hier noch nicht einen guten Startpunkt erwischt nice nice da jetzt noch Wald das sieht auch noch nach super sehr schön ich falle direkt in den Graben das ist sehr gut von mir so vor lauter Träumerei falle ich in den Graben da 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 gut Hühner, Schafe das ist eigentlich genau ideal oh was ist da hinten ist das ein Hexenhaus ich glaube es ist ein Hexenhaus ja es ist ein Hexenhaus wir haben ja Mats raus das heißt uns kann nichts passieren ist auch süß da ist ein kleines Hexenhaus dazwischen wir könnten die Sachen holen aber das mache ich jetzt nicht wir haben echt ein großes Biom an oh das ist schon ordentlich ja das ist auch nicht also hier würde ich sagen so in dem Bereich bauen wir vielleicht auch hier muss man schauen aber ich schneide hier hier so am Meer könnten wir einen kleinen Hafen und super viel viel Moor Moos Moos sei schon hier ihr wisst was ich meine und eine Ölquenne die wir gebrauchen werden ja und viele Hühner das sind mir nicht geheuer gut wir verlieren glaube ich wirklich keinen Hunger äh ja dann würde ich sagen gehen wir mal Holz fällen bam 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 wir können auch ein Moor bauen das wäre auch mal was cooles so auf dem Wasser aber nein ich möchte da hinten bauen wo war das? da da möchte ich bauen da am Meer mit dem Blick auf Meer ja und ein Ei das nehme ich mit danke danke das ist ein interessantes Geräusch gäbe ich mit dem hier so hier so da so hier so Oh, mein Ohr, ich hab da ein Black Name. Jetzt geht's wieder. Hier könnte ich mir das gut vorstellen. Was ist das? Oh, eine Blume. Das sind Goldruten. Die geben doch bestimmt gelben... Ja, gelben Farbstoff. Ja, ich würd sagen, hier bleiben wir. Hier bleiben wir. Ich weiß noch nicht genau, welche Stelle. Da geht die Sonne auf, da geht die Sonne da. Dann würde ich echt sagen, dass wir hier so bauen. Ich suche echt noch den passenden Spot. Hier so. Finde ich ganz gut. Ja, das können wir machen. Also, das können wir machen. Alles klar, ich werde erstmal Holz sammeln, dass wir überhaupt mal anfangen können. Warte ich nicht. Okay, wir haben Holz, aber trotzdem möchte ich noch Holz sammeln. Das ist schon ungewohnt ohne Musik, muss ich sagen. Aber das ist halt, naja, ein bisschen schwierig mit Musik. Deswegen gibt es Minecraft ohne Musik. Ich hoffe, das ist okay. Dann hört ihr einfach meine Stimme. die nicht jeder hören muss. Das stört mich aber auch nicht. Ich baue Holz ab. Mein Holz, mein wundervolles Holz. Wir bauen uns ein Haus aus dir. Ich sollte das singen lassen. Das kommt nicht gut. Das ist es. Vielleicht ein gutes Projekt. Da bin ich echt gespannt. Aber erstmal bauen wir den Grundriss unseres Hauses, dass wir erstmal was haben. Oh, schön. Okay. Was haben wir da? Auch so ein Eichen. Oh, Glühwärmchen. Oh mein Gott. Das ist ja Hammer. Alles klar, das Mudpack ist super. Begeistert mich immer mehr. Überall? Ja, klar. Überall, wo wir hinten laufen. Soll ich jetzt hier stehen? Hey, geil. Alles klar, das ist Hammer. Das gefällt mir schon mal. Alles klar. Dann würde ich sagen... Hier ist nur ein bisschen Wasser. Dann würde ich sagen... Setzen wir hier so unser... Workbenchen. Ich glaube, Tinkers ist nicht dabei.